Grüezi miteinander, mein Name ist Brunner von der Brunner-Nutzfahrzeug AG, Instanz an der Autobahn. Das ist unser Ersatzteillager. Hier lagern Ersatzteile von toten LKWs. Das ist unsere Pneumontiermaschine. Das ist unsere Auswuchtmaschine. Das ist unser Bremsprüfstand. Auf telefonische Voranmeldung können Sie gleich mit dabei sein, wenn wir Ihnen ein Bremspotokoll laden und beladen erstellen. Und hier sehen Sie die letzte Ruhestätte von toten LKWs. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei der Brunner-Nutzfahrzeug AG, Instanz an der Autobahn. Am Sonntag haben wir zu. Am Sonntag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020